Hallo liebe Kunden der ESA GmbH GemProtect. Heute möchte ich Ihnen das Positioniersystem vom High Vision DS-2DI9250IAX-A gerne präsentieren. Wie Sie anhand des Videos sehen, besteht ein großer Unterschied zwischen einer PTZ-Kamera und Positioniersystem, da das Positioniersystem nach oben schauen kann zusätzlich und in seiner Bewegung viel, viel schneller ist durch die große Motorisierung wie eine PTZ-Kamera. In Schwenken und Neigen. Das Positioniersystem DS-2DI9250IAX-A ist ausgelegt auf große Entfernung bis zu 1000 Meter und ist lasergesteuert. Sie sehen hier ein Scanverfahren. Rechts können Sie das Bild tagsüber verfolgen. In 850 Meter Weite, wie schnell dank des Lasers das Positioniersystem das Bild fokussiert und dementsprechend durch die starke Infrarotstrahle auch homogen ausstrahlt. In einem Nahbereich ist es natürlich so eine Sache, da diese Positioniersysteme für so kleine Entfernungen wie zum Beispiel die Bäume nicht gedacht sind. Aber nichtsdestotrotz in 100 Meter Entfernung, man sieht ja wie schnell das Positioniersystem das Bild fokussiert. Wir nehmen jetzt noch eine andere Einstellung in 80 Meter Entfernung. Man sieht ja hier auch die schnelle Fokussierung, sodass die Baumrinde sogar erkenntlich sind. Und die schnelle Bewegung in den Presets von dem Positioniersystem samt Fokussierung. Das ist natürlich ein extremer Mehrwert. Man sieht ja hier, wie schnell sich das Bild sofort einstellt auf das Szenario und in so einem Verfahren sehr schnell ist. Vielen Dank fürs Zuschauen.